In diesem Video zeige ich dir, wenn man auf WhatsApp erkennen kann, ob man blockiert ist. Kannst du das Profilbild der Person nicht sehen und haben Nachrichten nur einen Haken, so ist es sehr wahrscheinlich, dass du blockiert bist. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, kannst du einfach die Person, die dich scheinbar blockiert hat, zu einer Gruppe hinzufügen. Wird die Person erfolgreich hinzugefügt, hat sie dich nicht blockiert. Wird sie jedoch nicht hinzugefügt, hat sie dich blockiert.